Musik Hi Leute, ich stelle euch heute das Museum in Berdau vor. Name, Stadt und Dampfmaschinen, Museum in Berdau. Thema Mittelalter. Jetzt gehen wir hoch. Ich zeige euch jetzt mal das mittelalterische Berdau. So, das ist das Rathaus. Das ist das Gasthaus. Das Skelett wurde vom Rand an Berdau gefunden. Es ist ca. 30 Jahre alt geworden. Und selbes Mörder oder Ingrid Schütter weiß man natürlich nicht. Ich zeige euch heute Turnscherben. Hier haben wir Decke. Hier sind Schalen und wir haben sogar hier eine Vase. Das war unsere Führung durch das frühzeitige Berdau. Danke fürs Zuschauen und wir wünschen noch viel Spaß, wenn ich selber hierher komme. Tschüss, tschüss. Tschüss.